Was geht ab? Bullspot-Skitz. Eli Geller und seine Freundin haben sich über den Sühle-Transfer geäußert. Weil ich Bayern-Experte bin, muss ich darauf reagieren. Natürlich. Meinung zum Sühle-Transfer. Meini, Fresse. Ich bin mich aber gespannt, ja. Guck euch an. Sühle ist ein Fußballspieler bei Dortmund, ne? Jetzt bei Dortmund, ja. Achso, vorher? Bayern. Oh. Also, von Bayern zu Dortmund? Ich hab... Ist ja... Was ist das? Ähm... Ich hab eigentlich keinen großen Unterschied, oder? Ja. Oh, mein Gott. Jäger. Ja, ja, ja. Aber sag jetzt nichts Falsches. Du darfst jetzt nichts Falsches sagen. Warum? Also, ich finde, das ist doch genau so gut bei Bayern zu spielen, wie auch bei Dortmund. Ja. Holy macaroni. Das ist beides sehr gut. So lacht der Chad. Keine Chance. Also, hallo. Das ist wie vom Gymnasium auf die Hauptschule. Äh? Wow, das ist was... Oh, oh, damn, bro. Einer, ey, chillt mal. Gib mal ein bisschen Respekt an Dortmund. Was hatet denn Kalle so krass? Ist Kalle FC Bayern? Eigentlich nicht. Was will Kalle? Klasse Kalle. Ja, jetzt bin ich gespannt, Eli. Alter, der ja sagt nichts Falsches. Mhm. Ich halte sehr viel von Süle. Danke dir. Ähm... Auch noch um... Also, Markt... Ja, hier hab ich die Kovac-Scheiße genommen. Die bezahlen keine Ablöse. Richtig guter Transfer, meine Meinung. Genau das Gleiche. Also, aus Dortmund-Sicht komplett Killer. Killer. Nix falsch gemacht. Super. Super. In die richtige Richtung. Sag ich als Bayern-Fan. Wollt ihr auch nicht mehr bei Bayern bleiben? Ja. Ich glaub, der wollte zu viel Geld haben. Ich weiß nicht mal. Ich glaub, der hatte Gehaltsvorstellungen und das hat Bayern nicht gezahlt. Bruder, gibt zu viel Gründe. Auf jeden Fall ist der unglücklich bei Bayern. Woher willst du das denn müssen? Ich bin der Verlater. Der hätte schon seit 2017 gefallen. Hast du wahrscheinlich grad nicht gegoogelt. Hä, ich wusste das. Jesus, ich weiß nicht mal das Jahr genau. Niemals weiß sie das einfach. Seit 2017, Chad, wusste sie das? Ausrufezeichen Süle, was ich zum Wechsel sage. Guter Transfer. Das war's auch schon, Digga. Ey, du hast nix falsch gesagt. Auch nicht so viel geäußert. Aber ein bisschen kritisch mit deiner Freundin, Digga. War ein bisschen kritisch. Aber alles gut gerettet. Alles gut gerettet.